So, okay, wir haben Sachen hergestellt, können wir noch ein bisschen, äh, sammeln, auffüllen, jawohl. Und dann teleporten wir uns mal, oder schnell reisen wir mal, äh, hierhin. Na! Jawohl. Achso. Äh, oh, okay, Brennsperr, begib dich zum Brennsperr. Kletter den Turmin auf. Ach, da waren wir schon mal, falls ihr euch erinnert. Und hier ist eine Quest. Was? Klinge, Klinge? Chillt mal mit euren Klingen. Ähm, wir waren da schon mal oben. Da war auch Loot. Ich wusste nicht, dass wir Storytechnik da nochmal hoch müssen. Entschuldige, er muss da mal durch. Was hat er denn hier für eine Quest jetzt noch? Ich muss hochklettern und sehe das Signal suchen. Wir machen das jetzt nicht. Ja, ich mach erst mal das Signal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich bezweifle es ein bisschen. Oh Mann. Jawohl. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt nochmal richtig war. Ich muss weiterklettern, um das Signal zu orten. Ja. Wow. Ähm. Hä? Was? Okay. Ja, dann haben wir es. Hüpf. Rüber. Jawohl. Okay. Na, nach oben bitte. Jawohl. Und auch nochmal hoch. Sehr gut. Wir sind gleich da. Ja. Ja. Fast geschafft. Sag ich doch. Heilige, was für ein Jump. Uiuiui. Aloy ist echt stark. Das muss man mal ganz wirklich, also ganz ehrlich, objektiv sagen. Aloy ist einfach eine Maschine, ey. Äh, da lang. Okay. Okay. Mal sehen, ob ich Silgas Signal empfange. Mhm. Mhm. Noch mehr von der Nachricht, aber nicht genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. Ah, alles klar. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal an, was der Dude unten für eine Quest hat. Der Typ muss sich auch denken, äh, wo kommt denn die jetzt her? Lul. Beachte mich nicht. Ich schwebe hier nur herunter. Guten Tag. Hat er nicht gesehen. Ein Glück. Was für ein Dracker jetzt von uns. Keine Sorge. Ich habe klargestellt, dass die Rettung auch dein Verdienst war. Was? Hä? Wie vorher gesagt, war die Rettung des Kindes ein voller Erfolg. Ich kann mit ihm nicht reden. Ich versuche der Aufgabe gerecht zu werden. Und deinem Beispiel. Wüstenflamme. Nach allem, was passiert ist, will ich einfach mehr tun. Keine Sorge. Ich habe klargestellt, dass die Rettung auch dein Verdienst war. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Tschüss. Mist, ich kann mich hier nicht umgucken in der City. Mist. Dass man in der City sich nicht umschauen darf. Du sollst eine neue Rüstung haben. Irgendwie sieht das nicht so gesund aus. Ich weiß nicht. Ja, du, weißt du. Also. Ist ein guter Pfeilhalter. Oh, der eine Pfeil ist abgebrochen. Ja, okay, ja. Der ist unsterblich. Und er hier will mir keine Quests geben. Ich versuche der Aufgabe gerecht zu werden. Ah, dann mach mal. Dann müssen wir jetzt in unsere Base. Ah ja, da kommen wir nicht rein. Nicht rein, weil wir die Feuerblume, äh, Metallblume nicht öffnen können. Dann gehen wir jetzt erstmal in Le Base. Das hier nochmal. Pfeilhand. Pfeilhand. Ah, hier ist das. Lager nirgendwo. Genau. Und da war der Durchbruch. Da konnte man, glaube ich, nur mit Wasser rein, ne? Oder war denn das? Ah. Teufelsrutsche. Versunkene Barriere. Barriere. Okay. So sieht das jetzt aus, wenn wir Tauchdings haben. Ja, sehr schön. Okay, cool. Aber nichtsdestotrotz teleporten wir uns erstmal zurück. Ja, ja, mach mal. Ja, ja. Dieser, dieser Geier einfach, ne? Ein lebender Pfeilhalter. Okay. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Äh, Lagerfeuer. Ja. Du angeben. Das ist Lagerfeuer. Stärke sein mit dir. Sie ist Lagerfeuer. Doch hier oben. Ach, da unten, da unten, da unten, da unten. Jetzt sind's. Ja. Und. Aber hier auf der Seite ist die Quest. Also geh ich, also geh ich hier rein. Jawoll. Jetzt wird's frisch. So, da bin ich wieder. Sorry. Am. Halte da draußen die Augen offen, Soldatin. Wenn du weiter gehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Was hast du denn? Erzähl mal. Mhm, mhm. Ja, nix. Wow. Ich kann höchstens verkaufen. Danke. Hab mir nur ein bisschen Süßes gegönnt. Oh, ich mag die Schneeregion hier, ne? Dieser Berg. An der Südseite komm ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur einen Pfad suchen. Habt ihr das gerade gesehen, was da passiert ist? Da hat irgendwas komisch geleuchtet. Schon wieder? Okay. Oh, shit. Na gut. Kämpfen oder ausweichen. Hä, ich verstehe die Frage nicht. Das ist Blut. Da wird nicht ausgewichen. Oh. Was war das denn? Oh, der stört mein Dings. Okay. Der stört meinen Fokus, der da. Das heißt, um den müssen wir uns als erstes kümmern. Schock-Munition bringt hier nicht viel. Okay. Dann würde ich sagen, gar nicht lange fackeln. Toll. Jawohl. Wie war das? Schock-Munition, ne? Ja. Nicht nicht. Boah, die sind viel zu schnell dafür. Oh. Hey. Oh. Ah, endlich einmal geabiss. Ich muss höher hinauf. Hoi! Eine Energiezelle. Okay, eine Kapsel. Noch einer. Jawoll! Kühlsaft. Sehr gut. Oh, da liegt noch so ein Ding rum irgendwie. Wie? Dann müssen wir mal ausschalten. Okay. Jetzt kann ich natürlich nicht nach Loot scannen. Das ist ja jetzt nicht so schön. Damn! Wie hinterhält ich? Was? Das macht immer noch ein Signal? Hä? Okay, toll. Hä? Das kann man nicht kaputt machen, das ist ja doof. Oh, das ist ja mal so ein grob. Der ist voll reichlich heilender Himmelsstrauch. Voll neu. So ein großer. Der hat vier Beeren. Okay. Das ist nix. Okay. Ach, das... Es ist ein anderer gewesen. Ich habe voll den Falschen gelootet die ganze Zeit. Kann das sein? Ah, okay. Ja, gut. Der, der da summt, hat einfach nur... Le Buc. Oh, eine Kiste. Schön. Oh, ja. Ein Ring. Kann man verscherbeln. Im wahrsten Sinne. Ah, hier hochklettern. Na dann. Und hüpf. Was war das denn für ein Gefiebe? Was war das denn für ein Gefiebe? Okay, okay. Wo sind wir denn hier? Hallo Füchschen. Ich lasse dich mal in Ruhe. Also ich muss an links hoch. Ah, ich muss da weiter hoch. Ah, jo, okay. Ah, jetzt bin ich grad ein bisschen neugierig, wo es hingeht. Aber wahrscheinlich gibt es ja einfach nichts. Boah, ist leer. Ja. Okay. Dann, äh, gehen wir den Berg hoch. Und... Das ist aber wirklich ne... Oh. Sonnenflügel. Ah, wie schön, Leute. Wie schön. Einfach nur schön. Heilige. Sieht das gut aus. Ah, da hinten ist Vegas. Oder? Nee. Vegas müsste in die Richtung sein, ne? Genau. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Dann machen wir das doch. Boah. Boah. Was wir nicht alles machen für fremde Menschen. Ähm. Ja, und jetzt? Wie geht's nicht weiter? Dann muss ich wohl wieder nach woanders hin. Ah nein, da. Ich seh schon. Ich seh schon, was ich machen muss. Okay. Jawoll. Uha. Uiuiui. Äh. Nein, nicht zurück, bitte. Ich möchte nach oben. Ähm. Falten. Da ist eine Kiste. Ein Tresor. Aber ich werde nicht hier falten. Es könnte da knicken, Leute. Ah. 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 Okay. Na. Sehr gut. Sehr. Ich bin offenbar nicht allein. Nein. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Was macht ihr? die haben ich wieder ein sein den reißmaul haben wo ist er wo ist er wo sind wir jetzt hin der ist einfach verschwunden und dann bei ende na gut ist er runtergefallen vielleicht sehr merkwürdig sehr sehr merkwürdig na gut dann gehen wir halt hier lang äh alter wie schön sag mal ist das nicht die stelle wo wir diese monenblüte holen sollten ich weiß es gerade nicht mehr aber ich glaube das war hier ne genau bin ich mir fast sicher na gut gehen wir erstmal höher wir müssen noch ein paar meter machen wo auch immer die das Vieh jetzt gelandet ist leider nicht bei uns und vor allem nicht in unserer Tasche was mich sehr traurig stimmt halt ist irgendwo grün glanz ah ich hab's doch gehört sag ich doch bin ja nicht taub ha 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 schön oh und da ist ne Kiste jawoll dass wir hier so reichlich belohnt werden finde ich sehr nice wer auch immer wer auch immer hier oben ein Tresor entstellt dachte sich das wäre safe hat aber nicht mit mir gerechnet hehehe schön ah da ist Las Vegas da hinten oh wie cool oh das ist so schön wow ah ich kann hier nicht umgucken warum kann ich hier schon wieder mich nicht umgucken man ist manchmal so random gefühlt ach hier ist er gelandet aber wo auch ne der Schnee knirscht unter den Stiefeln aber auch wirklich hier auf dem höchsten Punkt ist er gelandet what also WTF einfach Stalk 142 an Enduring Victory Reno Vor- und Abwurfsignal Echo Paul ich bete dass du dies empfängst drin ist eine Nachricht für dich da ich hab die Signalquelle nicht allzu weit von hier nicht ich muss nur hinkommen okay wo ist denn nur hinkommen ah okay dann würde ich sagen ich krieg bestimmt ne gute Aussicht wenn ich hier runtergleite was ist das schön wie sie auch so zuschneit ne wie der ganze Schnee auf ihr hängen äh kleben bleibt gute Nacht Marcel das möchte ich verengt haben als Foto mal gucken wie wie am besten ich komm nicht weiter weg äh ähm 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 Wenn das Vieh dahinter nicht wäre, würde ich ein Foto von oben machen. Oh, er ist noch voll überstrahlt. Schön, mag ich. Das gibt ihm so ein gewisses Gefühl von Kälte, mag ich auch ganz gerne. Also entweder das, aber das hier mag ich glaube ich am meisten. Wir können dann nochmal kurz gucken, 1948 ist es jetzt. Hier fand ich das ganz cool so. Ah, 1948 bleiben wir dabei. Denk ich ganz schön. Ne, ohne wir nie. Wir nie, wir nie. Ich weiß, Foto Modus. Foto Modus, Ausrufezeichen, Foto Modus. Mal gucken, dass hier ihr Gesicht nicht mit so weißen Schneeflecken ist. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Nein, nicht schließen. Foto machen vorher. Falscher Knopf. Nein. Sehr schön. Eine Sache würde ich gerne noch machen. Oh Gott. Okay. Kann ich nach oben gucken so richtig? Ich will nach oben gucken eigentlich. Das geht nicht. Sobald die Kamera auf Dings schlägt, kann ich nicht mehr die Kamera anwinkeln nach oben, sondern die wird automatisch horizontal ausgerichtet. Ich mache mal kurz den Präzisionsmodus aus. Ich mache mal kurz damit. Ich mache mal kurz den Platz. Tag hinzufügen, Fotomodus kannst du machen, wenn du das möchtest. Wenn du meinst, dass das was bringt, bin ich dafür. Kann man immer machen, Fotomodus kann man hier in diesem Stream immer aktivieren, weil wir immer Fotomodus machen. Jetzt nochmal hier vielleicht hier nochmal das kräftige nehmen, ich mag das eigentlich, das ist dieses, das lässt einen so ein bisschen die Kälte spüren, das Blau, wenn dabei so ein bisschen die Wolken und der ein bisschen verloren geht. Was auch ziemlich cool ist, ich mag die, mag das, dass es sich, es fühlt sich einfach kalt an, so wie es sein soll. Okay. Ähm. Ah, nichts. Falscher Knopf, hast du wieder gedrückt. So. Ja. Ah. Schön. Da steckt so viel Liebe in diesem Spiel, ne? Da steckt so viel Liebe in diesem Spiel. Toll. Einfach toll! Ah. Ja!